Ich bin Fabian Koch. Ah, hä? Irgendwer ist hier voll leise. Voll der schöne Name. Äh, wer ist Celine? Ach, Flashkill03. Hallo. Wie geht's? Ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber ich vertraue dir da, Basti. Ja schon. Ich vertraue jetzt auch auf eure Schule. Du kannst sogar Englisch. Jesus Christ. Herr Celine, bekomme ich deine Nummer? Ich hole dich auch morgen von der Schule ab. Ach, Alter. Fabian, wo wohnst du überhaupt? Freiburg. Ja, perfekt. Ist doch nur... Einen Tag fahrt, also... Okay. Jetzt ist nur noch ein Dreier hier drin. Ist nur noch ein Dreier. Nur noch ein Dreier. Das wird's geil. Komm mal. Komm einfach rein und rede Deutsch, ey. Was soll das? Wie kommst du da aus? Boah, bist du normal? Wow. Noah? Ja, Marcel... Rhilee Und dann mal auf öffentlich... Herbmann Hey, wieso hast... was er eben erst steffen er steffen ich bin günther ja auch ich weiß nicht es liegen machen wird es liegen bitte mal auf öffentlich denn einsatz nee ich mache nur so sie lieben jetzt bin ich getroffen ich seit wann wir ich würde ich niemals anlügen das weißt du doch ich bin fabian koch und ich bin 16 jahre alt nett ist kennenzulernen was du bist älter als ich oder was jetzt lässt mich das er einfach alleine ich habe keine ahnung der ist gerade raus ach hey jetzt bist du auf einmal wieder da du bist wie ein geist schon du kannst mir ja mal instagram geben oder deine nummer ich bin mal drei auf instagram du bist so eine hohe das weiß ich mir dabei auswendig warte noch mal noch mal für uns zum nachschreiben x x v was ich hasse deine die wöhrung von flash die die verliebt in der schule so fahrt sie es an mhm ganz ja 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 aber ich bin ja ich habe ich bin ich bin mit meinem jäger top 9 prozent von den selbst ist von den selbsttötungen zu test der selbsttötungen her ja dann das ist das ist doch ein grund warum du mir deine nummer geben kannst ich bin jünger als du alter ja passt du bist du es nicht komm schmidt was mich dann aus wenn ich in die fresse bekomme das ich mach mal wirklich auf öffentlich oder nimmt meine freundschaftsanfrage an sonst kann ich dir nicht beitreten lieblingsklasse das kommt drauf an jäger oder warlock sie ist halt einfach an alle scheiße das sagst du selbst immer ist dein profil eigentlich save my name in deinem instagram profil steht save my name also ja das verdammt noch mal Was heißt von der Gruppe? Welchen Clan meinst du? Der Silk Road Ja Hast du den Amazon-Gutschein gekriegt? Nee, noch nicht Das Bolle geht Schulden machen Ich sag's dir Der Typ, der verspricht so vielen Leuten einen Amazon-Gutschein Ich glaub, der Entweder ist er Amazon-Inhaber Oder er ist einfach nur stinkreich Selin Warum bist du so einer dieser Personen auf Instagram Die was Einfach nichts posten Ich verstehe das nicht Ich bin zu hässlich Abonnier mich auch mal auf Instagram Ja, sag mal Namen Bastian Ulrich Bastian Und vergiss auch nicht deinen Fotografierkamm Ja, sag du mal wie der heißt Du bist ja auswendig Nein, weiß ich nicht Aber ich kann das gerne suchen Das ist einfach nur Bastian Ulrich Untersprichfotografie Ja Wow Sie hat sich schon Sie hat sich schon Hingeschrien Sie hat sich Sie hat schon Neben Neben Ihr habt Sie weiß einfach meinen Namen auswendig Weil sie jeden Tag auf meinem Instagram-Profil ist Und sich meine Bilder anguckt Ich hab die nicht mal geliked, aber gut Ja Sie bleibt im Hintergrund Ich dislike alle Bilder von dir Ohne witzig Ich dislike jetzt nur seine Bilder Ach wie gut, dass ihr geliked habt Ich pass Oha, ich hab fast alle geliked Oha Du vollgriffst das hier Eine Frage Ja Findest du Merkel ist ein Nazi? Schon Ich meinte jetzt eigentlich Selin, weil sie ist ja Türkin Findest du Merkel ist ein Nazi? Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage? Ja Nein Findest du das Sch*** das Naziland? Nein Bist du nicht Weil eigentlich, du wohnst ja hier, also ja schon ein bisschen Ja, ich bin sie Sieg Heil Du hast eigentlich nicht mit Essen Was hast du besseres Lieben? Weil die zu viel Kett hat Nicht wirklich, das ist mein Geburtstag, du Spaß Du hast heute Geburtstag oder was? Nein Nein Wann dann? Nächste Woche Nächste Woche, ich komm vorbei Ja, ich hab dir ja schon die Adresse geschickt Ja Was willst du zum Geburtstag? Meine Ruhe Das ist ein gutes Geschenk, das geb ich dir Danke Bitte Ich geb dir so ein Kissen, wo draufsteht meine Ruhe Ich geb dir das so hart, ne? Ich geb's dir so hart Nein, nein Ja, Mann, was die Ich wundere mich ab, woher ihr euch kennt Weil ich hab halt mit dein Mit den anderen aus dem Clan gespielt Ja Und ich hab mich jetzt Welchen anderen aus dem Clan? Aus seinem Clan, das ist ja gut Ja, ich Äh, Bolle good Snylic Crie Dem Lord Lucas Ach Jesus Lord Der Lord Persönlich Hm, der Landlord auch ich hatte 400er Handschuh bekommen von meinen Titanen aus einem cool ich auch ich auch du brauchst nur noch Schuhe oder was du bist ja ich hab so viel ich hab so viel übernach durchgesuchtet nur um 400 zu werden ne willst du wieder prügeln oder was denn du bist immer derjenige der in der Schule auf mich los geht Spaß gar nicht oh doch ich bin auch lieb und du bist dann auch so zwei Tage lieb und dann dann boxt für mich immer nur weil du so dumme Kommentare sag's auf Türkisch oh cool Selin ich muss dir was sagen schau mit Schwulen mit Fassi zieht Alain oh nein ja doch ne ich rede mit Fabian ja okay warte dann Fabian weißt du Fabian du musst dir nicht mal auf Türkisch sagen ich weiß was es heißt was es gibt auch sowas wie Google Übersetzer das kann ich das finde ich alles heraus ja war gut erstmal hab keine Lust ja spring mal auf das Schiff was bin ich bin ja ein Spieler aber ich spiele auch manchmal mit Captain also Cap 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 Tino Ey Selin wir was nächste Woche fertig gemacht ne worin Razertag wir spielen in einem Team das was ne er schießt seine Teammates ab ey das geht doch kein Difier weißt du letztes Mal wo ich das zum ersten gespielt hab ne angefangen richtig gut ne ich war glaub ich guter Platz oder so in unserem Team danach 10er KT Nuklear hast du so mit dem unterbrechen und so achtschuldigung und äh dann haben so diese Kinder im Gegner Team angefangen das waren so richtig Kerne so Raid Keys ne so richtig CD Spiele so die kleinen Kinder kämpfen da immer ja ja die kämpfen die haben sich vor allem ich hab eins zum Beispiel erwischt der hat sich wirklich so richtig hingehockt ne ich lauf so vorbei der schießt mich ab ich guck so um mich rum und ich so hä von wo ne guck so runter da isst dich einer am ablachen ich so jetzt mal ist das dein Ernst da lacht ich so einen ab jetzt kriegst du ein richtiger Tryhard so die haben richtig richtig gehardscopped und gekämpft ne ich hab mich so so genervt ne ich hab so durch die Halle geschrien dass mir so klar dass ich drauf angesprochen wurde ne ne und dann haben da auch noch zwei die Team dann warst du nur das mal da oh Gott ach paar Monaten oder so keine Ahnung hatten die da schon umgebaut ja ok ich kenn die neue Halle gar nicht weißt du wo die äh Targets sind ja sehr gefückt perfekt äh was soll ich sagen ach so und dann bin ich halt wirklich vom dritten Platz auf den vorletzten gefallen nur weil ich mich immer ich konnte mich nicht einzeln nicht hinter bewegen da wurde ich direkt schon wieder getötet weißt du das richtige ja das sind die zwei Kiddies ja du musst den Schattenschritt aktivieren das lustige ist einer ist dann vorbei als wir da waren da waren wir haben zu fünften in der Ecke geklemmt und dann ist einer an den vorbei gerannt hat dann kommt und ich bin von hinten gekommen hab alles von Wacken gehalten ich glaube ich werde es bereuen gegen dich zu schwulen weil ich bin ja scheiße oh ja das wirst du bereuen vor allem wir sind in der Lasertag Gruppe einfach ach so ach so gerade wir sind in der Lasertag Gruppe eins, zwei, drei, vier, fünf sechs, sieben, acht, neun, zehn elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn als ob da stehen wir wahrscheinlich in einem Team aber die Frau meinte es wären schon 15 eingetragen wie bevor ich angerufen habe 15 gegen 15 da machen wir halt vier Teams ist mir egal du willst einfach nicht mit mir spielen ne ich will nicht einfach fertig machen und roh doch und Kasch den auch Steffen wollte schon allein mit mir mit ihm machen ne Apropos ne sag äh sagt mir bitte recht selbst noch an dem Tag Bescheid wenn der Steffen nicht mit haben ich halt auch was äh nicht was dann weil er der Tag Bescheid geben kann ich kann auch 7 mitnehmen wenn er keinen Vlog macht macht er nicht ha 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 oh man Steffen und ich machen mit Faisal, Lukas und Markus ein Team ey warte ok warte mal kurz äh ja ach nein ich hab gar keine was sie gegen das noch mal aus hast du ne keine außerhalb ja hab sie grad rüber geholt was keine außerhalb aber nur mit ne ok erst mal Trials-Cutty überprüfen mach das lieber nicht ich hab grad mal 3x Trials gespielt und das 2x davon war einfach nur aus Langerum oh auf Anomalie willst du mit der No-Land spielen nein ich hab doch grad gesagt gehen wir raus Fabian wie findest du eigentlich die Celine schon eine hübsche ne soll ich dir mit der Nummer schicken ne das mal das muss man sich arbeiten du wolltest bei ihm noch haben ne nicht mehr weil ich schickte aber ich schick dir mal Bilder die von ihm in der Schule gemacht hab nein was sagen wir mal was machst ich höre bei Gott was gern das ist nicht lustig das was sie für den Fallen ich hab dir geschickt hast du eh nicht verliegt ich hab mein Handy grad wie ich präger es ich hab dich so sehr was gerne ich werd dir nie wieder Essen ausgeben ihr wart essen auf auf dein Nacken boah wie gemein warum war ich da nicht dabei wer kommt ja ne 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 komm mal her hier sag mal Celine hallo wer ist das? nein hier nimm mal steck dir das mal also du hörst die nicht mal trotzdem sag mal hallo hallo das ist mein daddy mein daddy hallo hört mich nicht doch die hört dich, du hörst die nicht Bitches nennen mich Daddy Papa die Celine findet halt schon, du gehst aus wie Chuck Norris Chuck Norris ist dein Halbbruder Chuck Norris ist dein Halbbruder das heißt du kannst ja ok er hat nur die halben Fähigkeiten du bist krass, oder? also mein Papa ist doppelt so krass wie Chuck Norris haben wir gerade herausgefunden Papa Celine ist irgendwie meine Freundin was? nein mein Papa ist gar nicht mehr da hallo ich bin Johnny immer diese Wege als an so einem Schallschatten Johnny ich glaub ich muss mal ein bisschen anders da spielen 210 zu 0 Fabian du hast dein Ziel aus den Opferlauten ich bin enttäuscht von dir was für ein Ziel meinst du jetzt? ich hab viele Ziele will Millionär werden ja du bist doch Millionär das hast du schon erreicht das Ziel du hast mir doch Bilder von deiner Villa geschickt stimmt fuck oh mein Gott der Wein geil weißt du die Celine die ist ein armer Schlucker die wohnt da an der Zeitstraße die wohnt da halt voll im Ghetto und die würde halt schon ein schönes Haus haben also wie wärs wenn du sie bei dir oder so ja aber zumindest ne schöne Wohnung weißt du die verlässt eh nie das Haus aber die wird sich bestimmt freuen wenn du bei ihr einziehen kannst so Fabian? geht's dir noch gut? ja ja schon und ja so wie gesagt weißt du eigentlich dass ich jeden zweiten Tag in deinem Haus vorbeilauf im Moment ich hab halt nur ein Bett aber denk mal so stimmt das nicht ja das ist ja kein Problem das lässt sich ja irgendwie lösen das lässt sich ja irgendwie lösen ja ich der Vater ist ja schon süß der kann sich ja der kann sich ja wärmen wenn der kalt ist ich mein wenn wenn es sein muss dann schlafe ich halt auch auf dem Boden wenn Celine halt unangenehm ist dann schlafe ich auf dem Boden ich mein alter sie kommt einfach an die Party Hauptsache Celine geht's gut warum ist dir das so wichtig? ich bin ein normaler Mensch du hast mich vor Celine geschaut ich bin ein normaler Mensch du hast mich vor Celine geschaut ja ja ich glaub's auch Celine ich rasch doch uns ich rasch dir komplett aus oh du Schnaubiger jo wahrscheinlich jo wahrscheinlich jo wahrscheinlich jo wahrscheinlich oder ich könnte das jetzt eigentlich auch machen wenn man übersteht mach mal bitte mach mal bitte mach mal bitte Celine du bist halt schon so ein richtiger tryhard ne alter alter zwei nosecops das gibt's doch nicht den kill hab ich mir verdient mach der eigentlich mach der eigentlich gerade pvp so oder ja private ich bin grad im private match und wer hat schon wie viele kills alter Celine zerfickt mich doch ein bisschen ja aber in der realität sieht das dann andersrum aus nee ist wirklich ich werf sie mit Geldscheinen ab Celine holt dann ihren dicken Schwanz raus und dann zerfickt die dich wie sonstwas mit ihrem 3m Knüppel Celine ist halt einfach noch männlicher als ich und meine ganze Familie zusammen und das ist halt schon traurig die hat halt so einen langen Bart der bis zum Boden hängt ne ihre Sackhaare sind fast noch länger und das alles hängt halt an so einem 3m Knüppel der ihr immer aus der Hose rauskommt weil keine Hose groß genug ist und die hat so einen richtig fetten Bierbauch weil die jeden Tag voll am saufen und am fressen ist wie sonstwas jetzt blöff nicht ich hab doch die ganzen Waterflaschen auf deinen Snapchat Bilder im Hintergrund gesehen man Ich hab noch nie Alkohol bekommen Ich hab noch nie Alkohol bekommen Ich hab noch den Anker gesehen Wie du hast kein Scheiße ich glaub sie ist noch Jungfrau was Alkohol angeht Äh Du hast irgendwo was mich hier im Battle Bekling angeht Na Spaß Drei Sekunden hab ich dir zugeschaut wie du zu mir rüber gescoopt hast Alter Ich sollte mal aufhören jedes Mal in dein Scope reinzulaufen Was Ja das wär schon passen Passt Wir waren beim Thema Alkohol stehen geblieben was ich verpasst Oh 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 Ja das hab ich verdient da hat sie mir einen Quickscope Headshot gedrückt Neudi Nix Wir sind nur grad ein bisschen intim geworden Ja aber Celine ist voll die Säuferin Mann Ach das meinst du Die blufft voll Sogar die Lehrer denken die ist jedes Wochenende besoffen alter Ja Die ist letztens sogar bekifft zur Klausur gekommen alter Das hätt sie sehen müssen Mhm Ach Gott alter kein Ey aber Celine ne demnächst völlig dich ab Ich mach mit Ja man Aber wenn sie dann richtig hart abgefüllt ist dann überlasse ich dir Also Hast ja nicht so das Bedürfnis du weißt du Ich pass auf dich auf wenn du betrunken bist Ja das hat Johnny auch damals gesagt Wer ist Johnny und wo kommt er her Johnny ist Celines Exfreund Was Alter Und der hat sie halt auch damals abgefüllt und der meinte so er passt auf sie auf Aber Boah digga was damit der gemacht hat ne ist so ekelhaft Ich hab für dich was den Herbst scheiße zu haben Ich liebe dich Ich liebe dich Ich liebe dich Ey Ey Ich find das mega lustig Ich find das mega lustig Nein ich find das überhaupt nicht lustig ich find dich voll süß Er will dich halt einfach nicht verlieren und er probiert es weg zu lachen Ja echt Ich bin halt immer nur so gemein weil du weißt ja was ich lieb das neckt sich ne Deswegen kriegst du so in der Schuhlauch nicht ein Ja deswegen also blaue Augen sind halt schon so ein Liebesbeweis oder Fabian Ja Ich weiß nicht wie ihr das in Freiburg so macht aber hier bei uns ist eigentlich üblich Also Zelin du bist ja Türkin du kennst ja die Deutschen geflogen halt nicht so aber Ja ist ja nicht so Blaues Auge ist halt schon ein krasser Liebesbeweis Ja schon Jede zweite deutsche Frau hat einfach ein blaues Auge Das ist einfach das zeigt auch dass Und Wenn du so eine gebrochene Nase hast ne ey dann musst du den heiraten Das ist ohne Witz Alter wenn er auf dich einsteckt Erstmal heiraten alter Pfff 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 die findet das halt schon ziemlich geil jetzt gerade da wird sein runter ja ja mit deinem dicken drei Meter Knüppel hat sie nicht gemacht hat sie nicht gemacht ich setze doch mal super nicht bei dir ein das ist von uns her ja weil ich bin das beste ist wenn ich dich wiederbelebt dann krieg ich dich nicht mal mit dem buff wenn ich dir ein headshot gegeben habe selbst dann bekomme ich dich nicht mit einem headshot down ein wiederbelebt warlock bekommst du nicht down in der super mit nanoland ja wenn du zwei headshots landes vielleicht ne dieses jahr bin ich während der gamescom in schweden leider ich kann mit der gern zu gehen wenn du willst ich geh schon jetzt ganz viel ich geh schon jetzt ganz viel kannst ja nicht kommen warum gibst du mir den Korb Frau Basti das ist peinlich Basti ist ein Leben davon was alter ich sag's nicht ich glaub's auch warte hast du vorher nicht gesagt du bist scheiße im pvp wenn ich auch wenn ich ich schwörste wenn ich was weiß sie ist halt eigentlich in allem scheiß ich mein guck sie dir an ne wieso wenn ich in irgendetwas das reiße ist das nur privat nicht also wenn dann auch nur ja 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 ne ich wollte aber dazwischen reden du kriegst mal wieder fliegen ich weiß wir sind hier in deutschland aber trotzdem schläge müssen nicht immer sein aber wie aggressiv die ist weißt du sie sagt ich schlag sie aber fängt jetzt wieder an ich bekomme schläge wer hat mich letztens einfach gegen den tisch gehauen und einfach äh schlägt wollte das hab ich nicht gemacht doch das nicht hat sogar mich angemacht weil die dachte ich hätte den tisch so richtig weggeschobst blöch er hat mich eigentlich einfach nur gegengeschmissen welcher tisch überhaupt in der pause oh na fuck nein der hat dich letztlich voll ausgelacht man also ich bekomme jetzt ey die weckt mich doch nicht schon aber da hast du auch angefangen in der pause oder ey was weißt du was wir grad eingefangen als Fabian gespeakt hat die äh ich sag mir schweiz von vorne ja 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 der wird gespeitert scheiße oh 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 treuer und trotzdem hat es als es dort pues geht splits auf tierte gehen sie das farb ja das mache ich immer serien soll Terrorhen 0 Komm runter, Peter. Ziehen wir mal bitte Schweizer Porno-Synchro. Okay, warte kurz. Ich glaube, ich krieg so einen Lachkrampf, wenn ich das gucke. Ja, warte mal kurz, ich muss kurz. YouTube oder was? Ja, ja. Schweizer. Oh, ja. Hey, da. Genau da. Genau da. Oh, ja. Oh, ja. Ja, so, ja, ist gut. Leg mal so kie. Ja, sprüht zu. Ja, so, so ist mein, ja. Jetzt noch mal rein, ja. So ist es. So ist es gut. Ich kann nicht öffnen. Das ist so schön. Ich sprülle. Moment, ich sprülle. Auf die Hütte. Ha! Ha! Ich sprülle jetzt auf die Hütte. Kommando in drei. Kommando in vier. Kommando in vier. Kommando in vier. Ja. Hey, was suchst du denn hier? Äh, was haben wir hier? Ja. Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir mal Probleme haben. Wenn sie sich die mal abrufen könnten. Ja, gerne, aber wir machen richtig auch Stroh. Hm. Mach auf. Was, äh, Fabian? Fabian, wir haben auf den Lücher gestroben. Warum hast du denn eine Maske? Ja, lass mir doch einen. Okay, Fabian, sollen wir jetzt das Sword Battle machen? Jo, können wir machen. Lass mal einen. Nein, du bist schon eine geile Schnitter. Mit Granate. Aber nur mit Granate. Selin, du bist eine Granate. Oh. Was wird sie machen? Wird sie meinen Kopf verpassen? Oder so? Oh, okay. Ball. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ähm. Granate. Das ist die Frage. Soll ich... Ey, dieser Nerf vom Klingentänzer ist so gay. Einfach das, dass man beim Kurz-Teleport kein... Jäger sind gay. ...kein Hut mehr hat. Pantyon. Ach, das ist alles so. Das wird jetzt aber auch mein letztes Spiel, dann mach ich auch. Ey, es ist so unnötig, basteln. Ich hab auch nur zwei Stunden, dann vier Stunden frei, dann spiel ich einfach Destiny im Stream oder so. Cool. Mach das. Hm. Drecks Carrier! Ich sag dir nun mal. Okay. Ich hab nichts mit dieser Waffe. Ja, du hast jetzt ziemlich gute Schauen sind zu dir, wenn wir dann wieder direkt was kann. Nur letztes Wort oder... Boah, glaubst du rum? Hier, letztes Wort und Granate. Okay. 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 Monday morning. Wow. Wow, das leckt ein bisschen. Also bei mir standest du schon oben bei der Heavy. Wer leckt wen? Oh, wir haben beide rote Verbindung. Ja, Granate lassen muss man tun. Ja, schade, dass du gar nichts kannst. Was? Ich hab mich get... Oh mein Gott. Ja, war doch klar. Einmal. Das ist super! Wohihihi! Hasst du den jetzt gekickt oder was? Ja. Ist sehr gut. Was, warum leckst du so mal? Was? Was ist das? Hm, hallo. Ah! da merkt man schon es ist Zeit schlafen zu gehen wenn sowas hier ich krieg eine Party-Outladung von Basti nach der Runde kannst du gehen weil ich geh da auch ich geh auch auf nach der Runde was ich hab dich grad gestickt ja sorry Freakle ich bin aus der Sinn auf Nahkampf kann mit solchen Leuten und und hübschen aber ich wusste ich kenne dich irgendwoher andere das kann gut sein die da war einmal halt an der Welt spielt aber auch noch nicht die woche ja das meinte sie weil ja auch viele auch immer ich glaube die Demotage oder sie spielen ich brauche unbedingt nach dem Oryx-Welt auf Geruch Oryx auf Geruch ich hab keinen Lust wenn das Update kommt Scheiße Jo ich kann nicht mal ich hab so wir waren mal befreundet mit also ich glaube mit so einem Typen befreundet ich muss mhm ich würde ich nicht ich mein Gang na egal der Pisser spielt halt selbst alles auf Geruch einfach ich hab die Sachen immer noch nicht nicht kommst du nicht mal nach Hause ach ach ist das eigentlich ein englischer äh ein englischer Clan wo du drin bist oder ich wollte halt einen kleinen haben auch jetzt nicht nur wegen dieser kommunenheit weil ich auch dieses internationale sprache so cool finde also wie man überhaupt Leute von richtig ändern kann ich glaube diese Woche sind wir richtig viel gelaufen also das Silk Road und sich Krupp 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 Komm, komm her, komm her, komm her, wo bist du? Ach, du bist so ne BITCH Hey, das ist voll eklig mit den ganzen Chests. Mir werden alle Chests angezeigt und dann sehe ich nie dein... Was ist das Ganze? Ja, diese Special Chests werden mir angezeigt auf dem Radar und dann bekomme ich nie angezeigt, wenn... Ach Gott, das ist immer so knapp. Aber ich treffe mehr Headshots als ich gedacht habe. Nicht nicht, ich mach immer Body Shots. Lol, wie oft hast du dein Akzentat? Leck mich am Arsch. Intellektvoll gelevelt. Ja, aber vom Intellekt bekommst du kein Akzentat. Das ist eine richtige Assis-Granate, diese Noob-Granate. Alter, ich spiel gleich auch ein anderes Exo-Mann. Oh nein! Ich spiel jetzt auch mal ein bisschen anders. Oh Gott, Alter! Oh Gott, der Sprung ist... Hey, ich hab doch grad auf kurz Teleport gewechselt. Oh Gott! Oh Gott! Okay, du darfst nicht gleich spielen. Oh Mann! Wieso hatte ich jetzt genau jetzt keine Ahnung? Jetzt schnell gleich. Das ist voll peinlich so... so den Korb zu bekommen und das gleich mehrmals am Tag. Oh Mann! 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 Was meinst du mit dem Kopf? Ich... ich hab dir einfach zwei Mal einen Heiratsantrag gestellt und du zwei Mal so... nö! Oh Mann! Das ist... Ja... Ich schaue ja. Also... Das sind so früh, ne? Auf geht. Hey, das gibt's nicht... ich hoffe, den kurzen Report. Ey... Warum... Alles klar, wenn du sagst, dass du mir immer ein paar mann drauf hast und packst... hast du ganz viel in Herresantrag gemacht. Ja... Ich geh immer... Ach Gott, das ist ja noch schlimmer. Der Kling-Tänzer ist zu nichts zu gebrauchen. Scheiße, kann die Granate nicht einzig und nicht wieder voll sein. Was? Deine Granate? Nein. Ist er gelohnt? Nein, warn dich! Dein Akzentat hat einfach mein scheiß Hedgefurt einfach so abgezogen. Ich hasse deinen Akzentat. Nein, weiß ich nicht. Ich geh wieder. Ich hör diese Pfeffer. Sonst ist dich so, dass sie nicht leuchten. Ich weiß nicht. Schau doch mal nach, was sie ist. Überraschung. Alter. Ey, ohne zwei Hedgefurt wird das echt schwierig. Ja, das ist auch so. Da kann man nur hoffen, dass der andere nicht trifft. Auch süß. Ja, Mann. Ach, Mann. Was ist das? Ja, Mann. Päckszüge! Ja, Mann. Wollt ihr euch noch 30 Sekunden? Ja, Mann. Wollt ihr euch noch 30 Sekunden? Ja, Mann. Ja, Mann. auch ich habe keine Bode mehr das war das war meine letzte Kugel das war eigentlich ein guter Moog guck mal hat nicht geschnallt so von links kam ja ich weiß oh Gott zurzeit spiel ich nur Titan weil ich diesen, weil ich den dritten Fokus und den zweiten auch noch hoch bekommen will ja ich kümmere mich erstmal um ich möchte unbedingt jetzt noch 400 lernen dann halt noch vielleicht bestimmte Waffen will ich also heute bekommen und dann freue ich mich auch umhieren was willst du noch für Waffen jetzt vom Hardmode Raid Outbreak die Stahl mit Dolder oder was oder Scout Gewehr Impuls das Ausbruch Primus ach die die kannst du aber auch im normalen Mod holen echt ja du musst nur die Monitor aktivieren ja das stimmt ach ja ja stimmt das hat gar nichts damit zu tun ja ich muss diesen Hardmode vielleicht eh spielen und das hat mich halt gemervt weil wir haben halt den ganzen Hardmode gespielt bis zur letzten Phase also jetzt nicht bis zur ganz letzten bis zur vorletzten so mhm dann mussten wir aufhören weil dieser eine Spaß einfach sehr intelligent nur ob es einen umgeschränkt hat ah warte wie hieß er warte das ist doch äh ne Bominator war es nicht no Sharky ach Sharky weißt du weißt du das ist halt der dem ich auch gesagt habe dass ich mich mit dem befreundet bin ähm weil der hat sich wie gesagt der hat sich einfach so voll abgegriffen hat sich halt sozusagen guten Start in Destiny gemacht und hat was kriegt man so als ich erwarte nichts davon dafür sondern einfach nur ich fand es halt um so respektlos dass er mich so ein Stück dreckbandelt hat am Ende mhm und jetzt holt er sich solche so die ok ich bin ja froh Leuten helfen zu können vor allem wenn es halt so um Freunde geht oder so beim zocken aber das ist so scheiße wenn man den ganzen Raid mitgespielt hat und am Ende kriegt man dann selbst kann man das selbst nicht mehr als Ende spielen das ist eben nicht scheiße ja dann muss ich mal mit den anderen wieder raiden von der Silk Road ich mag es aber nicht das ist das ich mag es nicht mit fremden Leuten so in großen Gruppen zu spielen ja es sind ja nicht fremd wir sind ja alle in der Destiny-Allianz drin wir sind halt einfach ein Clan aus von gebuffen Waffen haben wir uns distanziert weil wir kennen ich weiß ich weiß ich hab mich mit Lukas schon drüber gehalten hey Hashtag 24 Stunden Raid das ist unser Motto niemals mehr als anderthalb Stunden für den Raid zu brauchen ja dann hat er halt ich erinnere mich nur ich weiß nicht ob du jetzt bei den anderen dabei warst aber da haben wir halt Raid gespielt also ähm Dings ja dann haben wir hat irgendwie Lukas immer ab und zu geguckt der hat immer nur gesagt ja was die anderen machen ich wusste aber nicht wer das sein soll ja die hängen jetzt schon 3 Stunden in einer Phase ich dachte nur so ach du scheiße ach die das 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 war gebuffen Waffen die haben die haben gestern für Oryx oder die Destiny Alterns an sich für Oryx äh ich glaub die saßen 8 Stunden an Oryx an Oryx oder an ganzen Raid ich ich bin mir nicht sicher aber ihr wart glaub ich haben sie abgebrochen ganz ehrlich wir haben das nur den Oryx Hartmodel das war noch so richtig das ist so ökelhaft gewesen ne wir hatten beide Raids auf Hartmodel also so bis zum Boss durchgespielt ne also Königsfall und ähm Sondermaschinen ne Sondermaschinen und äh sagten wir so okay wir haben jetzt beide Checkpoints machen wir das eine fertig und das andere dann wenn wir es mit der Zeit schaffen ey wir haben mit einem Typen gespielt der ist glaub ich 50 oder so also alter wir haben es wegen dem nicht geschafft ne wir hätten es fast geschafft sagten wir nur so alter Falter und vor allem es sind so kleine Dinge gewesen wie das jetzt zum Beispiel nicht auf die Plattform gekommen ist oder so so nur was und ähm dann sagt er so alt also ich hab ihn so gefragt also diesen Typen ja wieso gehst du nicht auf den Warlock und tu es einfach wieder mit ihm rein ne meinte er mir so ja das ist auf dem Account meiner Töchter ich mir so ja dann melde dich doch drauf an und join wieder nach meines Rissens alter ne wir haben ja dann haben wir beides nicht geschafft wir haben einfach gestern angefangen um 20 Uhr das ja und um also wir haben 4 Stunden geradet haben währenddessen zwar an der Maschinen Normal Hard Mode gemacht Arteon haben wir auf äh Normal glaub ich war's und Arteon hab ich einmal nur gespielt und das ist soo hat lange her ich kann mich an gar nichts erinnern ich kann mich an auch nichts mehr erinnern wo ja eins war da hab ich noch noch auf der PS3 gespielt das ist Prozent letztes Jahr Sommer angefangen das sind nach meinen Briefungen habe ich mir das gegönnt okay ja warte wie alt bist du überhaupt 16 mhm ja warte bin ich jetzt älter als so weil ich bin auch noch 16 aber ich werde ja nächste Woche ach ich werde erst im Ding sitzen ähm im im August musst du überlegen ja das beste ist ich bin jetzt dieses Jahr in eine neue Klasse gekommen dann freude ich mich so mit ein paar Abend die eine so Fabian? ich so ja bist du schwul? ich so was? so ja ich hab ja immer ein schwul beste Frau gewünscht ich so was geht bei dir falsch? ich so ja vielleicht ein Flick aus aha warm oh man da ist mir grad das Gesicht eingeschlafen wo ich das gehört habe und dann alle so hä bist du wirklich schwul? ich so alter halt mal die Fresse ich bin nicht schwul also hat man die Grund dazu das zu sein? nee aufhinter hat sich herausgestellt sie so sie hat ein schwules Pärchen gesehen und der eine sah genau aus wie ich in der Stadt vielleicht warst du das ja auch vielleicht leugnest du alles ja in Wirklichkeit leugne ich immer alles ja glaub ich dir weil es mir einfach peinlich ich ich würd's nicht zugeben müssen das muss ja nicht peinlich sein das ist ganz normal ja aber irgendwie auch nicht weil meine ganzen Freunde das sind einfach alle hetero ja und? das macht dich dann hier normal das macht mich äh du bist ein special snowflake okay oh Gott wie viele Spielstunden hast du eigentlich? boah nicht so viel ich guck mal nach ich muss auch mal nach hey mein Handy ist einfach abgeschmiert was soll das? hat sich einfach ausgeschaltet von allein ich will dir was sagen was du nicht deine Kamera aufnehmen sollst boah jetzt werd ich ja schon wieder gemobbt das gibt's doch nicht jetzt bin ich aus der einen Party raus wo ich gemobbt wird und jetzt bin ich hier und werd da einfach nur getevekt und gemobbt also ich hab auf meinen warlock habe ich ich sag das sind nicht viele warlock habe ich hä ich schau gleich mal nach was du also fast äh also elf tage und neun stunden sag ich mal auf meinen warlock äh äh man muss noch so reden mann kalten also ich hab wie gesagt ich bin mein warlock am spielen eigentlich nur meine roh und titan sind nur zwei tage und siebte Stunden ich freu mich so auf die Ferien player not found ach hä hab ich dich jetzt falsch geschrieben x flash kill 0 3x hä hä wie komm ich jetzt auf x the flash kill wie komm ich auf das der tja keine ahnung wie war das eigentlich mit diesem ähm ich bin ja auch manchmal am streamer bonus Langeweile da kriegt man doch eben so ne auszeichnung von bungee oder nach 70 stunden bei bungee ja wenn du deinen account äh mit twitch verlinkt hast über also bungee und twitch verlinkt hast hast du 390 spielstunden insgesamt ja boah gott meins geht übers 4 stelle g hinaus ja ich sag ich spiel noch nicht so lang es gab mal ne zeit da hab ich irgendwie am tag 10 stunden destiny gespielt obwohl ich schule hatte wie hast du das gemacht? ich weiß nicht es hat irgendwie geklappt also ich komm auf meine 1200 spielstunden mal ist oh mein gott ich hab äh am freitag also wir haben noch nicht montag vorgestern hab ich da so Instagram Verlosung eines semi-geist aus steinen gewonnen der auch leuchtet äh wird mir morgen morgen wird der abgeschickt aus amerika also dauert das ein bisschen aber richtig cool ich kenn den ich hab das gesehen ich wusste gar nicht dass man da auch gewinnen kann warum das lustig ist ähm ich hab einen destiny account ich aber erst äh später noch so gameplays ich muss einfach gameplays schneiden und halt bearbeiten wie die Clips machen und dann poste ich die da jetzt hab ich da grad nur so richtig scheiß skip-listing memes dann hab ich nur so einen weiteren account einfach nur so erstellt dachte ich mir so ey erhöhe ich einfach meine Chancen nur so random so ein account erstellt paar Sachen gepostet nur so damit es aussieht ob ich da irgendwas drauf mache dann hab ich es einfach gewonnen was spielt der in der flasche ach der macht die lewe 25 quest das beste damals hatte ich ja ganz am anfang ich war destiny neuling wurde ich in clan aufgenommen Eclipse.de dann später ist er auseinander gegangen PS4 und so kam ähm destiny und so alles auseinander gegangen kam ich in boah ich weiß nicht wie der clan heißt komm ich da rein ok äh komm ich da rein in den clan geh dann später wieder raus kurz bevor ich rausgegangen bin wurde ich erstmal noch als Hurensohn und äh keine ahnung was alles beleidigt dass ich das der größte äh mutterfucker bin weil ich weil ich den clan einfach in den Stich lass und so aha alles klar das beste ist von dem einen von von einem aus dem Clan von dem seiner Schwester hab ich einfach mit der hab ich dann weiter geschrieben und dann die mögen mich alle außer der eine der beleidigen mich jedes mal wenn ich in deren Party komme also ich hab dir die Fotos geschickt auf uns da kannst du sieht der da so groß aus ach nee der ist das sieht so aus als ob ach Gott nein das ist einfach nur weil der im Vordergrund ist was da haben sie lustig das klingt richtig falsch das ist wirklich nur so eine kleine Grösse okay nachgebauten einen Moment mein Kontroller stößt gerade du hast Katzen oder was mhm eine ich möchte zwar ganz viele noch haben aber ich darf nicht ich hab vier und ich will gar keine oh gib sie mir ich schick sie dir zu morgen kommen sie an ja aber ich möchte unbedingt auch einen Hund haben ich will gar nichts ja schon schon magst du keine Kugel die pissen mir immer nur ins Zimmer und ich darf die Scheiße noch weg machen dann krieg ich gesagt mach doch die Katzenkiste ich hab sie gemacht aber die pissen mir trotzdem ins Zimmer auch wenn sie gemacht ist falsche Zungen ja wenn die wenn die einmal auf meine PS4 pissen dann nehm ich die und ich schmeiße sie in den nächsten bald setze ich sie aus mein Playstation ist ja letztens gestorben ne vor paar Wochen ne oder doch aber vor allem ist lustig ich versteh das einfach nicht die war nicht im Ruhrmodus oder sonst was sie war aus sie war normal ausgeschettet mhm nichts war dieser Stromstecker ist noch rausgegangen weil ich meinen Tisch verschoben hatte wegen dem Stauber dann hab ich das wieder angesteckt mach das Teil an guck ich warum geht das nicht so wird mir angezeigt ja neue Installation ich kann nicht auf die Playzie zugreifen ach du scheiße ich hab erstmal richtig so einen Anfall gekriegt ne hab erstmal geguckt mir ging's nicht um die Playziechen an sich weil ich wusste ja wenn ich einen neuen Solution mache ist alles wieder gut aber auch meine Daten meine ganzen Videos meine ganzen Speicherdaten auf meiner Festplatte sind alle weg alle und das war alles von wo ich angefangen hatte zu spielen weißt du bis halt vor ein paar Wochen es war alles drauf so mich war auch noch halb durch mit Uncharted 4 auf extrem schwer weil ich meinen Platin machen wollte alles weg? richtig geil ich hätte aber noch mehr geholt hätte ich Witcher schon da ich hatte Witcher angespielt gehabt also so ok was hast du angespielt schon ein bisschen gespielt da wo ich das Spiel ausgewählt hatte dann hatte ich das richtig lange nicht mehr ist die Plästchen gestorben kann ich noch was machen alle Videos weg das hat mich so abgefuckt weil ich die auch noch alle geschnitten hab nicht mal so geile Videos ja passiert ne gestern habe ich dann meinen Witcher stand und man stand in Uncharted auf den Online Sprecher gezogen ich glaub das sollte ich auch mal machen aber das ist voll scheiße das ist voll wenig ich weiß auch was ich muss jetzt auch ich hab GTA gelöscht ich hab voll viel gelöscht jetzt war einfach ich keinen Speicher hatte ich hab voll viel gelöscht jetzt war einfach ich keinen Speicher hatte mhm werde ich gar nichts machen mhm werde ich gar nichts machen na gut wieviel wann hast du morgen zuerst ne Stunde Schule oder was mhm ja ich auch das Schlimmste ich weiß dass ich nicht vor 3 Uhr schlafen geh ich will doch mal in der Schule wissen was für ne Schule gehst du denn? ne weiterführende Schule nach der Hauptschule da nach der Hauptschule da nach der Hauptschule da nach der 2-jährige Berufsausschule grad achso und du? ich hab eine A-Schulabfluss gemacht und jetzt bin ich auf dem Gymnasium mit Bastian ich weiß nicht wie er das geschafft hat nicht mehr Spaß eigentlich sollte ich von Anfang an aufs Gymnasium gehen aber da hat früher hatte ich noch ok jetzt auch jetzt wieder ich hab in der Zeit dann keine jetzt wieder Probleme mit Matze deswegen bin ich damals von von der Grundschule aus nicht aufs Gymnasium gegangen aber was eigentlich gut war weil ich hab Realschule als Schulbeste abgeschlossen das war schon cool Realschulbeste mit was für nem Schnitt? 1,1 boah dann spreche ich hier ja mit Alter ich hab meinen Hauptschulabschluss mit einer 2,0 abgeschnitten Peinlich aber ich hab nicht mal für die Abschlussprüfung ich hab nicht mal für die Abschlussprüfung gelernt die haben einfach alles in Mathe und so alles in Englisch Mathe ja gut Deutsch war eh scheiße immer aber die haben einfach jedes Mal so Zeug gemacht wo ich mir denke das brauch ich nicht hab ich dann in meinem Unterricht gepennt ja dann bleibt seid ihr immer auf dem Gymnasium genau ich wechsle auf eure Schule dann beschütze ich Basti den kannst du nicht beschützen der ist schon gearscht noch 2 Jahre wird der gemobbt oder was? nein wir mobben uns also ich mobben mich mit dem gegenseitig wo ganz ehrlich wenn der anfängt zu schlagen ne dann überträgt einfach voll immer mit dem in die Seite pieksen und so er kriegt eine Aggression das hab ich mal gemacht die hat mir bei der Mädchen hab ich das mal gemacht die hat mir mit sexueller Belästigung gedroht dass ich die Anzeige bekomme wart ihr jetzt ernst gemacht oder aus Spaß? das war ernst scheiße ich würd mir einen ablachen ja ich hab hab ich dann auch die fand das nicht ganz so lustig Apropos ablachen ne wie gesagt dann haben wir halt das war so eine amerikanische Gruppe mit denen ich gespielt hab ähm den Königsfall Raid ne sind die dann alle rausgegangen haben sie gemeint ok dann machen wir den Tag Pause machen am nächsten Tag weiter oder so haben sie dann doch nicht gemacht ok ich bin am Ende mit seinem Typen mit dem ich den ganzen Raid über nicht geredet hab ne den so einen einen Grupp der geht in einen Raid nimmt mich halt darin mit also in den Sonder-Maschine Raid ne wir joinen einfach so einer Gruppe von Kindern ich schwör's dir das waren so ein Dreisende Kiddies oder so ey wir haben mich so behandelt als also als ob ich irgendwie ne Person mit ihrem Job da nicht gemacht hätte oder so ne jeder hat seinen Part wir waren bei Axis ne jeder hat seinen Part gemacht ich hab meine Stelle alles clean gehalten die ganzen auf die Kild alles ne ja hab diese Schnellbälle geschmissen so dann kam dieser Part mit der Tür ne warte war das bei Axis ja ne mit diesen Türen und den Räumen ah ne Wursig Wursig genau sorry Wursig ähm und dann ne war das einfach so ähm die sind gestorben nicht jetzt vor diesen Türen sondern jetzt generell die sind einfach gestorben ich musste voll anfangen zu lachen weil die sich einfach so aufgeregt haben weil das einfach so aus Dummheit war der Typ schreibt mich so auf Englisch an das war so ein englisches kleines Key ne mhm schreibt mich so an so ey Flash so also so warum lachst du das ist doch nicht lustig und so und ich dachte nur so ach du Scheiße ne komm mal runter kleines Key ne und äh zum Beispiel dann mussten wir diese Räume rennen ja und die sagen am Anfang erstmal so ja ok gleich alle rechts hinten ja rechts hinten ok fängt an der leist meine Attacke auf ne ich renne so nach rechts und dann alle nur so ne links hinten links ich renne nach links ne gerade zu spät und dann wird mich angemotzt und ich so alter kann ich mich auflassen und sie so wie bitte so von wegen jetzt mich verarschig und dann bin ich einfach und dann hat der einfach nicht aufgehört mich so anzumotzen ich so so alter du hörst jetzt auf oder ich geh sofort raus und dann könnt ihr diesen Redfin also wegschmeißen ne hat der nicht aufgehört sag ich so alter ich brauch das nicht ich bin einfach rausgegangen das ist die Unnot alter ich dachte mir so alter das halte ich bestimmt nicht bis zum Endboss auf das beste ist einfach ich werd immer auf dem Turm angeschrieben von Leuten ja Orix ZDM keine Ahnung was und ich so bitte lass es kein Kitty sein ich geh in die Party hallo ich sag nein nicht schon wieder ich hab mich so so schlecht gefühlt ne wie gesagt ich hab dann den URX Welt so oft eigentlich gemacht aber nie den Boss halt so zu Ende gespielt ne dann hab ich halt auch paar Sachen aus dem Weg gekommen ne als ich gern gefragt hab wurde ich halt gefragt ey kannst du ihm helfen und so weil ich nur so ey ich hab jetzt noch nichts zu Ende gemacht ich hab dann auch voll feinlich Alter morgen erstmal wieder ne Stunde in die Schule fahren ach Gott und die nächste Woche so auch zum Weg jetzt anstatt dass die mir das Schüler ans Ende legen immer dass ich nur so sieben stunden hab er muss ja auch was lernen also unser Klassenlehrer der kommt immer auf die geniale Idee hinzugehen wenn wir ne Freistunde haben kurz davor sagt er uns bescheid ey einmal bitte wieder zurückkommen wir machen Unterricht ihr wollt ja auch was lernen das ist schon der hat echt ein Stein ins Gesicht besonders wir hätten dann keine Ahnung um 11 Uhr aus ach lasst uns doch noch 3 Stunden BWL machen wer hat Bock ja niemand hat was gesagt na ganz ehrlich das ist einfach nur so 8 Stunden sind einfach zu viel zu schreiben ne dann mach ich lieber 2 Stunden mehr in der Woche anstatt dann zu Hause Stunden ich mach mein Zertifikat in Englisch dann ist doch viel besser ja also ich würd dann mal sagen ich bin off ja gute Nacht ich bin jetzt mal müde das ist das ja ich auch nicht ich schau jetzt wahrscheinlich noch bis um ich glaub ich mach den auch durch einfach noch ein bisschen Serien schauen ist wohl kennst du Skorpion Krimi oder halt The Walking Dead je nachdem auf was ich Bock hab ich bin bei Staffel 1 ich bin bei Staffel 1 und Prison Break ich bin bei Staffel 1 alles dann gute Nacht schlafe gut danke danke danke